In Unalaska trinken sie dann Sekt aus Sochi und essen Mamaliga aus Bukarest, weil nichts über rumänischen Mais geht. Die Philippinen in Uyuju sind Saisonarbeiterinnen, die einen speziellen Arbeitsvertrag haben, sozusagen eine halbe grüne Karte. Vince hat ein Kind mit Rosa von Guadalcanal, mit der er schon auf den Marshall-Inseln war. Halt immer, wenn gerade in Uyuju nicht großartig was zum Einkonservieren ist und schaut sich dann den Fortschritt gewisser australischer Wassereintsalzungsprojekte an. 2004 lernte er den Projektmanager aus Sydney kennen, Frank Armbruster, der 1992 aus Lauterbach im Schwarzwald als Zerspannungsmechaniker nach Melbourne ausgewandert war, bis 2004 jedoch Ingenieur für Turbinentechnik war und in Zusammenarbeit mit der Uni Sydney ein Projekt für Entsalzung auf den Marshall-Inseln leitete. Vince lernte ihn in einer Bar kennen und Frank sagte ihm eines Tages, dass er Heimweh hat nach seinem Lauterbach. Frank hatte Elke nach einem halben Jahr in Melbourne wegen Sheila verlangt. Und Elke hat mir am Telefon von ihrem Elternhaus erzählt, dass sie es schwer hatte in Australien. Um in der dritten Person weiterzuschreiben. Mittlerweile sind Hassan und Baku schon drei Helis ins Kaspische Meer gefallen und dem dritten ist er nachgesprungen, weil er sonst keinen mehr bekommt. Aber mittlerweile ist er aus dem Alter fast heraus und widmet sich dem Wassersport, um eine Regatta an die Ostküste zu veranstalten. Sein Vater kann hingegen den Botschafter Turkmenistans nicht mehr sehen und zwar aufgrund der Entscheidung Turkmenistans, ihr Equipment von China zu beziehen. Und dabei waren die gerade so im Aufschwung mit ihrer Erdöl- und Gasindustrie. Zeit für Hassan erwachsen zu werden. Er trampt zunächst die nördliche Route ums Kaspische Meer nach Ashgavat, um dort das Interesse für eine Regatta zu sondieren. Findet dort jedoch eine eher Placee-Haltung, sodass er zurück in Baku selbst den Botschafter aufsucht und ihm als Ankunftshafen Jauzi vorschlägt. Die anderen Städte an der Küste Turkmenistans sind in Google Earth kaum zu erkennen. Der Botschafter schlägt Turkmenbashi vor, aber Hassan soll zuerst einmal versuchen, Interesse zu wecken und Sponsoren ausfindig zu machen. Pinpoint Sponsors Hassan wendet sich am Air Algerie, die gerade ihre Routen expandiert und bietet ihnen an, ihr Logo auf die Regatta-Boote zu schreiben. Der GDP von Air Algerie, Monsieur Abdallah, ist fasziniert von der Idee, findet sie jedoch unpraktisch, ob Hassan die Veranstaltung nicht umverlegen will, zum Beispiel nach Marseille, dem Eingangshafen für das algerische Kerngeschäft Frankreich. Hassans Vater kann die Idee daraufhin nicht unterstützen. Hassan schickt jedoch seinen Lebenslauf zu Herrn Abdallah und bekommt ein Angebot für ein Praktikum in der Marketingabteilung von Air Algerie, muss aber zuerst Französisch und oder Arabisch lernen. Er wählt Arabisch. Zum Glück weiß Hassan ziemlich genau, welche aserbaidschanischen Wörter arabischen Ursprungs sind. Er schreibt sie alle auf und zählt sie, vielleicht 2453. Jetzt fehlt ihm noch der Kit, um sie zu verbinden. Er lernt die 100 häufigsten arabischen Wörter und verbindet sie spielhaft mit den anderen, um Sätze zu bilden. Später und über sein Praktikum hinaus kompiliert er alle arabischen Wörter durch sämtliche Türk-Sprachen und listet sie in einer speziellen Webseite mit der Bemerkung. Alle diese Wörter wollt ihr Hüter der Reinheit des Türkischen eliminieren, wodurch er ein Einreiseverbot für die Türkei bekommt. Das war aber erst um 2013. Mittlerweile in der Marketingabteilung lernt er Susanne kennen, ein Mädchen aus Beirut, die ihn nach Beirut mitnimmt. Von dort fliegen sie nach Ammar und gehen in ein tief gelegenes Tal, in dem es so heiß ist, dass es Einheimische da unten angeblich nicht aushalten. Die schwarze Bevölkerung dieses Tals pflanzt Bananen an und wurde ca. im 17. Jahrhundert vom damaligen Stadthalter eingeladen. Seit 300 Jahren pflanzen sie da unten Bananen und leben mit den Jordaniern wahrscheinlich wie Ebony und Ivory, was zu einem der bescheuertsten Lila-Texte gewählt wurde, weil die weißen Tasten ja schließlich die Schwarzen nicht vor 300 Jahren gefangen und versklavt haben. That's it folks! Thank you!